Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu meiner weiteren Runde Minecraft 417 Infinity SkyBlog So, ich habe hier schon mal so ein kleines kleines mini bisschen vorbereitet Habe halt hier so schon mal vier Felder gemacht für unsere Mana Produktion Dann hier aber nochmal ein Stack Living Rock und Wood jeweils Und ein paar Seeds habe ich mir reingeschmissen Ich habe hier noch eine vierte Pure Daisy aufgebaut Einfach damit wir dann immer so schön in einem Durchgang 16 Holz und Stein machen könnten Oder halt in einem mal schnell 32 Also, ja Gut, ich würde sagen, wir fangen dann heute erstmal mit einem an Ah ja, ich habe noch so ein Wireless Terminal gemacht Mit halt so ein Wireless Access Point und so weiter Einfach damit wir ja mal hier so was machen können Zack Ich glaube das ist jetzt Ich glaube das wird jetzt langsam mal Zeit So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Ähm, wir werden das hier brauchen, das hier brauchen Und wir brauchen Petals, dann nehmen wir die hier Ich möchte nämlich zuerst einmal einen Mana Pool machen Wird Moment mal Wurde hier nicht im Wer ist das Mana? Äh, da, 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 hier Die Loaded Mana Pool Achso, der wird hier mit Slaps gemacht, ja gut Äh, einen Mana Sweater, da brauchen wir Gold für Ups, da nehme ich erstmal so schnell ins Deck raus Zack 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 Suppi Dann platzieren wir Hier ein Mana Pool hin Dann würde ich sagen Machen wir zuerst einmal ein paar Day Blooms Mal schauen wie viele wir herstellen können Wir brauchen dafür Light Blue, Orange und zwei Yellow Äh, Light Blue, sieben Davon Na Also sieben Stück können wir herstellen, finde ich super Dann brauchen wir nur noch halt unser Unseren Bucket Den habe ich eben mal kurz hergetan So Zack Zack Sieben Eins, 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 eins Oh Eins, eins Daybreak Arrival Zack 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 Kann man das nicht irgendwie automatisieren, dass hier dauerhaft Wasser drin ist? Das finde ich awesome Oh naja, so geht das ja auch schon ganz schnell Einfach so, zack Und zack 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 Super Sieben Day Blooms Wir haben jetzt ja nur ein Problem damit Die werden verwelken Ich möchte halt jetzt schon mal so viel Wander wie möglich mit denen produzieren So, dann platzieren Wir das da hin, dass wir dann einfach sagen können, das kommt da oben drauf Dann brauchen wir nochmal zwei Petals und sechs Holz Weil wir natürlich noch das Werkzeug vom Herrn brauchen Und das Werkzeug vom Herrn lautet Na, weißt du es? Genau Einen Wand of the Forest So Zack, zack Eins, eins Dup, dup Einmal alles verbinden, dass das auch darüber kommt So, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, halten diese Day Blooms jetzt genau zwei Tage Also zwei Minecraft Tage Bis sie verwelken Soll das jetzt aber nicht stören, weil wir hier schon unser erstes Mana haben Das heißt, ähm Klartext Wir könnten, könnten Wenn wir ganz, ganz vorsichtig sind Damit eigentlich schon auskommen Nein Ne, ich werde auf jeden Fall auf die Endo Flames gehen Das heißt aber im Klartext Ich werde jetzt gleich nochmal kurz Etwas roset und Dentaline Yellow Produzieren Für Floral Fertilizer Weil ich hier die Ringe mit Endo Flames füllen möchte Und dann halt hier die Automatisierung für die Wer die noch nicht kennt, ist gar kein Thema Das kann Ich gerne alles zeigen Das machen wir sogar alles on cam Ähm Das ist eigentlich Ein einfaches Prinzip Das braucht eigentlich nur ein bisschen Redstone Also eine Redstone Verbindung Ein Dropper würde ich ja sagen Ein Hopper Und eine sogenannte Äh War das Open Crate oder nur Crate? Äh Eine Open Crate Ja Gut Äh wie gesagt Ich würde gerne auf die Endo Flames gehen So was brauchen wir für die hier Äh Mana Puder Mystical Brown Äh Red und Gray Dann Entschuldigung Ja also ganz fit bin ich immer noch nicht Schauen wir mal was wir mit dem bisschen Mana Was wir haben an Mana Puder herstellen können Zwei Zumindest etwas Äh gut Grau brauchen wir Rot Jetzt hab ich mal wieder vergessen Was ist noch Halt Äh Braun Ach guck mal Ich mach mal gerade so Und Hä Also das ist so einer Ja gut Dann machen wir doch mal unsere Erste Endo Flame Das ist ein Äh Mein Mana Puder Ein Light Grey Ein Red Und zwei Braun Und wir haben einen Endo Flame Yay So was ist das Besondere an der Endo Flame So erstmal Noch gar nichts Wenn wir der jetzt aber hier mal so ein Stück Kohle hinkacken So ein Stück Charcoal Dann sagt unser Magnet Nö Hiebst du bitte wieder auf So Charcoal Und Der schickt man da hier rein So Da würde ich sagen Machen wir doch auf jeden Fall mehr von Eins zwei Eins 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 Blub Mal schauen Ja gut So viele werden wir jetzt nicht hinbekommen Maximal drei Aber die Ich will wie gesagt So einen ganzen Ring herstellen Eins zwei drei vier Was mich jetzt interessieren würde Was passieren würde Wenn man den so ein Äh Lava einmal hinklatscht Aber ich glaube das bringt nichts Ich glaube da brauchst du schon Die Ähm So mal schnell Es gibt ja hier eine Lava Blume Ja ihr seht schon da kommt gut Mal da rein Und wir können schon zehn machen Das machen wir jetzt einfach mal wirklich so die ganze Zeit weiter Ja okay Nicht die ganze Zeit Allein schon weil das jetzt das Rot ausgegangen ist Das heißt jetzt müssen wir wirklich langsam schon anfangen Ähm ja Wieder Rot herzustellen Also So Und ich habe schon mal die ganze Zeit Warte mal ich hab doch Äh Prop Ich hab sogar noch Propis Gehen wir mal runter Wir suchen hier den Enderman Hallo Enderman Tschüss Enderman Yay, Enderpearl! Yay! Mit, das kannst du... Wow. Ja gut, ähm... Ne, nicht Draw, äh... Kabinett. Wie sieht das hiermit aus? Genau, das wollte ich. Die wollte ich und die wollte ich. So, dort. Zack, 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 zack. Dann den Mettog. Ich bin da überlegen, ob ich den jetzt gleich einfach mal aus, ähm... Kobalt machen soll. Ich meine, wir haben es ja jetzt. Ich meine, Kobalt... Ja gut, so viel ist es doch noch nicht. Ähm... Wir brauchen aber Kobalt anscheinend für gar nichts. Ja. Draconium haben wir auf jeden Fall schon gut ausgesorgt. Äh... Ich glaube, wir werden auch, wenn du das Wartespiel zulässt, werden wir auch nochmal ein bisschen Technik machen. Und zwar würde ich mir noch das sogenannte Votra... Machen. Hier, dat hier. Das ist jetzt recht cool, das Teil. Ich meine, aufladen können wir es ja. So, jetzt noch meine Cropsticks. Ja, Enderman Souls haben wir so ein paar, ne? 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Und... 3... So, wo ist denn, äh... Wasserkanne? Da ist die. Das sollte relativ schnell gehen. Ich will jetzt einmal ganz kurz ein bisschen... äh... Flup, 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 flup. Könnt man vielleicht, ähm... Mal überlegen, ob man das auch noch... Oder... Ja, ich glaube, so viel wird es schon gar nicht brauchen. Ja, warte mal, ich kann aber den Magnet wieder anmachen. Das war geplant. So, einmal noch, dann haben wir 36, dann sollte das schon mal wieder was geben. Können wir nochmal hier stehen lassen. So. Dann... Ah ja, Bonemiel haben wir keine mehr. Wir müssen jetzt... mühsam Knochen machen. Wer sich jetzt fragt, wo das ganze Bonemiel hin ist, ähm... Das wurde in... Diamanten investiert. So, hier abernten. Und noch einmal. Da haben wir auch schon was rot. Zack. Wir haben genau einen Mon bekommen. Wow. Ja gut, ich tue die Blumen... Mit zwei Läser also so hier rein. So, wie sieht das hier mit dem Mana aus? Joa... Könnte besser sein. Könnte vielleicht dran liegen, dass hier... Ah... Der Treibstoff fehlt. So. Äh... Wenn ich das richtig im Kopf habe, geben die, wenn die aktiv sind, ein Redstone-Signal ab. Ich muss mal schauen, wie wir da was machen. Ich habe auf jeden Fall schon eine Planung... Ähm... Für später. Okay. Mana Perlen können wir noch nicht machen. Mana Diamond? Nope. Ja, Mana Stil können wir vielleicht machen. Jawohl. Äh... Gut, ich würde... Moment. Runic. Okay, okay. Das Rezept ist noch da. Gut, ähm... Ich würde aber dann nochmal sagen... Da haben wir es gebrauchen können. Glas 1. Start. Wieso würde ich jetzt ein Glas machen? Für ein Mana Glas. Und wieso das? Weil wir Mana Glases brauchen für... Na... Das Formometer. Ich muss ja, wie gesagt, jetzt mit den ganzen Magiemels anfangen, kann ich jetzt nicht nur auf Botania beschränken. Das heißt im Klartext, ich werde parallel mit allen anfangen müssen. Aber naja. Ähm... Ich würde aber mal gerade sagen... TNT. Wieso würde ich TNT herstellen? Das ist eine gute Frage. Mal nehmen wir einen Hammer. Muss nicht der Flagsinfused sein? Wir kriegen aus TNT, wenn wir einen Hammer haben. Schatz raus. Boah. Haben wir leck? Oh. Das war wohl zu viel des Guten. Ähm... Ich würde dann aber einfach mal direkt sagen... Komm, lass was für heute dann sein. Ich glaube, das gibt dann keinen mehr. Dann mache ich für heute jetzt mal Schluss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.